In diesem Video geht es heute um den Kathetensatz. Der Kathetensatz gehört zur Satzgruppe des Pythagoras. Wie immer beim Satz des Pythagoras gehen wir von einem rechtwinkligen Dreieck aus. Hier mit der Hypotenuse C, der Seite A und der Seite B, wobei die Seiten A und B die beiden Katheten sind. Zusätzlich haben wir in diesem rechtwinkligen Dreieck noch die Höhe eingezeichnet. Die Höhe teilt die Hypotenuse in zwei Abschnitte. Diese werden Hypotenusenabschnitte genannt. Der linke Abschnitt, anliegend an die Seite B, wird Q genannt. Der rechte Abschnitt, anliegend an die Seite A, wird P genannt. Der Kathetensatz besagt nun folgendes. Das Quadrat, das über der Kathete A gebildet wird, ist flächengleich wie das Rechteck, das durch den Hypotenusenabschnitt P und die Seite C gebildet wird. Die beiden Flächen sind hier grün eingezeichnet. Das gleiche gilt für das Quadrat über der Kathete B und das Rechteck, das durch den Hypotenusenabschnitt Q und die Seite C gebildet wird, hier in blau eingezeichnet. Ob das Ganze ist nur für dieses spezielle rechtwinklige Dreieck gilt oder auch für andere, möchte ich dir nun kurz in GeoGebra zeigen. Wie du hier nun erkennen kannst, ist das Quadrat über der Seite A wirklich flächengleich mit dem Rechteck unter dem Hypotenusenabschnitt B. Das gleiche trifft auf das Quadrat über der Seite B zu und das Rechteck unter dem Hypotenusenabschnitt Q. Jetzt ist nun die Frage, ob das auch bei anderen rechtwinkligen Dreiecken stimmen würde. Dazu können wir in GeoGebra das rechtwinklige Dreieck nun beliebig verändern. Zuerst in der Größe, dann können wir auch den Punkt C verschieben. Und wie du siehst, egal wie das rechtwinklige Dreieck aussieht, die grünen Flächen sind immer exakt gleich und die blauen Flächen sind immer exakt gleich. Nachdem wir nun festgestellt haben, dass die Flächengleichheit in allen rechtwinkligen Dreiecken gilt, sehen wir uns nun die Formeln an, die sich daraus ableiten lassen. Wir können also nun folgende beiden Formeln aufstellen. Die Fläche A², die das Quadrat über der Kathete A bildet, ist flächengleich dem Rechteck aus dem Hypotenusenabschnitt P unter Seite C, also A² ist P mal C. Das gleiche gilt für die Kathete B und das Rechteck gebildet vom Hypotenusenabschnitt Q unter Seite C. Hier ergibt sich die Formel B² ist gleich Q mal C. Diesen Hefteintrag inklusive der Skizze überträgst du bitte in dein Schulübungsheft und wir sehen uns dann in der nächsten Mathematikstunde.